Jo Leute, hier ein Typ der noch keine richtige Begrüßung hat oder beziehungsweise schon mehrere hatte, aber sich nicht für einen entscheiden kann. Wir sind ja bei der dritten Folge, äh ne bei der vierten Folge von der SV Waldhof Mannheim-Garriere und so wie es aussieht wird unser 8er D-Ring verkaufen. Jetzt haben wir ja das Angebot reinbekommen und ja, der soll für 87.000 irgendwo nach China gehen glaube ich. Gleichzeitig bin ich beim letzten Mal vergessen am reinzustellen, was ich jetzt nicht mal machen kann, wenn ich es nicht wieder vergesse. Man mag es auf die Bank, weil er echt schnell ist. So, aber wir haben ja beim letzten Mal Kiana Höver vom FC Liverpool verpflichtet. Er hat ja auch Spiel mit seinen 17 Jahren, dass er sich auch weiterentwickelt. Jo, sonst passt die erste Mannschaft so. Ich würde halt sicher auch nicht mal Korten die erste Mannschaft packen soll. Weil mir natürlich sehr gut gefällt, wenn ich mit dem selbst spiele. Und das Spiel gegen, das Spiel ist ja eh selbst gegen, äh, den HSV. Würde ich mal sagen, starten wir direkt rein. Und ja, ich hoffe immer, dass wir dann nicht zu arg über die Räder kommen. Let's go! Hamburg, so was ich sehe, ohne Änderungen. Also, ob er halt mit Amaechi statt Jata als Rechtsaußen oder statt Narei. Aber, okay, soll es nicht stören. Ist schon mal weniger Gefahr über die Richteraußenseite von Hamburg. Und, let's go! Hier war Markovic mit dem Anstoß. Korte. Und direkt stört Harnik. Okay, das wird interessant zu spielen. Okay, D-Ring. Korte. Markovic. Boah, stark von Markovic. So, jetzt auf Matt Lennon, der einen Ball hat, äh, nicht bekommt. Ah, das wird jetzt ein Spiel, bei dem ich mich anstrengen muss. Ich merk's schon. Das wird lustig. So, jetzt über Korte. Und ich verliere ihn mal direkt wieder. Ey. Ah. Den Zombie. Oh, dieser Kittel da auf linksaußen von Hamburg. Ah, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall. Kittel, der linksaußen bei Hamburg spielt, der gefällt mir absolut nicht gerade. Der ist gerade zu aktiv. Okay, wollen wir erstmal auf eine andere Seite, dass wir ihn nicht unbedingt an Kittel vorbeispielen müssen. So. D-Ring. Und von Moroz waren wir gestört. Kittel natürlich wieder am Ball. Äh, ich mag's. Ich mag das gar nicht so. Die Situation ist mir gerade recht unangenehm. Und das ist fein. Amaeci. Nintze kommt dann nicht dazwischen. Und dann kommt der hohe Ball in die Mitte, wo Schöndladin fangen kann. Immerhin das. Markovic. Nochmal Markovic vielleicht? Oder daran? Nee, leider nicht. Ähm. Kittel. Gegen Höver. Okay. Im Aus. Und. Bisher haben wir ihn nach einer Frische noch nichts passiert. Von dem her. Easy. Plötzlich ist Korte auf links durch. In der Mitte. In der Mitte ist Markovic an die Latte. Wer hätte ich ihn auch nicht lupfen sollen gerade. Ja, der wäre wahrscheinlich eingegangen, wenn ich normal geschossen hätte. Scheiße. Warum bin ich immer alles so schön zu machen? Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Also bis zur nächsten Situation. Die aufnehmen würdig ist. Ja. Ecke. Für. Hamburg. In der Mitte. Ist Schöndl da. Der fängt. Der hat den. Fast einen. Oh mein Kopf hat in der Mitte. Letchert holt sich den Ball. Ein Ball fein. Stark von Diering. Jetzt schnell. Markovic. Mäcklein stark. So. Mäcklein hat Freibahn. Jetzt den Rückraum oder selbst probieren oder Rückraum. So. Korte. 1-0 Korte. Das ist aber der Linksaußen Korte glaube ich. Ich habe keine Ahnung wie der heißt aber auf jeden Fall 1-0 für Waldhof Mannheim. Über rechts Connor Mäcklein hat da viel zu viel Platz nachdem er an Leibert vorbei ist. Und dann Korte mit rechts ins linke Eck. Und da heißt Raphael Korte. Okay. Puh. Dann haben wir uns nicht immerhin schon mal ein Polster aufgebaut. Das ist falls Hamburg mal ertrifft dass wir eigentlich im Zugzwang sind. Jo. Und schon wieder McLennon. Schon wieder McLennon. Und diesmal probieren wir es direkt unter ist drin. Was ist mit Hamburg los? Weil die sind hier komplett offen. Die sind plötzlich hinten komplett offen. Und dann spielen wir McLennon. Der hat einen ordentlichen rechten Fuß. Und jetzt ist er auch drin. Ganz starker Abschluss von McLennon. Ganz starker. Damit macht er auch sein erstes Tor hier. Und es gibt wieder Ecke für den HSV. Wieder getreten von Kittel. Jetzt besteht aber Leibold da. Das heißt man bleibt mal zu. Der Ball geht zu Harnik. Heißt ja dann schon mal nicht in der Mitte köpfen. Oh was ne Parade von Chandler. Was ne Parade von Chandler. Ich weiß nicht ob der sonst reingegangen wäre. Wenn Chandler nicht reingegangen wäre. Sieht gerade. Ja. Der wäre reingegangen. Aber sehr stark gehalten von Chandler. Direkte Ecke von der anderen Seite. Natürlich auch wieder von Kittel. Oh was macht denn der? Pfff. 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 Heilige Scheiße. Jetzt schnell. Oder auch nicht. Ja. Immer wenn ich schnell machen will dann Paraphis. Ich merk's. Aber Lindsey wieder lehnt auf Linie blockt. Stark. Aber jetzt. Äh. Pressen die. Straf. Oh. Gibt es Ecke? Nichts für Abschluss. Okay. Abschluss Chandler. Und. Wir schauen mal wie es weiter geht. Markovic auf dem Weg nach vorne. Lässt der Letzschert fast aussteigen. Ja. Hätte funktionieren können. Hat aber nicht. Aber sie ist. Vorne. Harnik kann sich irgendwie nicht durchsetzen. und unsere großen Innenverteidiger. So. Korte. Komm nicht durch. Wie auch auf der einen Seite. So auch auf der anderen Seite. So. Amaechi. Ich mach mir den hier nicht nur zu. Da ist Adrian Fein. Wieder Amaechi. Wieder Fein. Wieder Amaechi. Und Korte. Die CPU passt einfach viel zu oft. Da kommen wir mal viel zu schnell dazwischen. Markovic. Und. Korte. Ah ja. Hätte was werden können mit. Korte Nummer 2. Jetzt sind wir erstmal in der Halbzeit. Und. Mit 2 zu 0 Führung gegen Hamburg. Die sieht es doch schon mal gut aus. Da passt Hamburg 4 um Stahlform rum. Aber. Schulz ist dazwischen. Kristiansen. Und jetzt. Markovic. Läuft da in. Rein. Kann mich da gar nicht durchsetzen. Okay. Vielleicht aber der Ball wieder. In eigenen. Rein. Na. Ich weiß nicht. Ob hier unten. Vor einem mal länger. Eine Minute Ballbesitz hatte. Also. Wird. Von Ledger auch nicht gestört. Kriegt den Ball aber nicht in die Mitte. Weil der dann noch dazwischen kommt. Und. Aber. McLaren. Ist dann auch beim. Pass nach vorne. Ne. Das war nicht McLaren. Das war. Dann Diering oder was. Scheiße. Ah. Jetzt. Jetzt gefährlich werden da. Aber irgendwie allgemein. Die kommen. Nicht. Gut nach vorne. Die kommen immer über die Flügel. In der Mitte ist da niemand. Ah. Am Ball dran. Weil. Harnik. Einfach grad hoch zu springen. Oder Segat. Und Schulz. Einfach dazwischen sind. Jetzt mal. Ja. Ist. Aber der Abwurf. Danach ist nicht gut. Der Abwurf. Danach ist echt. Nicht. Gut. So. Aber. Christiansen. Kommt dazwischen. Markovic. Stark. Jovan. Markovic. Ist das jetzt schon. Die Entscheidung. Wenn der durchkommt. Da wärs eigentlich. Aber. Kommt nicht durch. Immerhin verteidigen sie. Mittlerweile. Der Konter. Ein bisschen besser. Nach vorne. Kommt er trotzdem nicht. Das ist. Für den HSV. Der Stuttgart 6-2 abgeschossen hat. In real life. Der Stuttgart hat das natürlich. Mit schweren ersten Herzen. Ist nur. Mitgenommen. Aber. Ja. Aber selbst hier. Jetzt. Nachher ist drin. Aber. Der kommt halt auch nicht durch. Der kommt jetzt für. Äh. Wer war denn das jetzt. Habe ich ja nicht ganz zu sehen. Ich glaube. Ja. Hand kommt rein für Fein. Aber ein bisschen mehr Offensive bei denen. Das ist nicht genug von einem Aufstiegsaspiranten in der zweiten Liga. Gegen einen. Drittliga Aufsteiger. Das ist eindeutig zu wenig. So. So. Karte. Ich sage schon wieder viel zu oft so. So. Ja. Ich sage es ja wieder. Jo. Ja. Ich stehe einfach nach vorne. Weiter. Und. Da ist vor. Macht nichts. Die spielen sich da hinten grad schön den Ball rum. Und mir passiert nicht. Da habe ich jetzt mit Linze aufgemacht. Aber macht der wieder zu. Und der Ball ist noch raus. Und ich habe ihn selbst wieder. Ich schaue mal ob Hamburg noch irgendwie rankommt. Ich habe keine Ahnung ob das noch irgendwas wird. Ob das noch groß spannend wird. Christiansen. Auf Korte. Markovic. Oh. Ja. Toll. Ich nehme absolut nichts hier. Oh. Ich glaube. Dann wechseln wir jetzt mal. Wir wechseln hier komplett Offensive Dreierreihe. Squadra für Korte. Ferrati auch für Korte. Und. Max. Für. McLennon. Ja. Mal schauen wie sich das dann jetzt spielen lässt. Oder ob Hamburg hier jetzt noch irgendwas macht. Damit hier noch irgendwie was anbrennt oder so. Aber wenn es so bleibt. Haben wir den HSV rausgeworfen. Was für. Ein. Drittiger Aufstieg jetzt hier oben wenigstens schlecht ist. Na schon wieder dazwischen. Also ich bin von der CPU deutlich besser gewohnt. Obwohl. Jetzt mal. Die Sache ist ja. Wenn ich jetzt mal in eine Einstellung reingehe. Ich habe die CPU hier auch noch hochgestellt hier. So ist es ja nicht. Dass die jetzt hier alles so mit verraffen haben oder so. Ich habe die hier auch. Ich habe die Sets von ihnen auch noch hochgestellt. Aber nein. Die verraffen seit letztendlich komplett. Kann man was mit denen los ist. Markovic. Und ich verteile gar nicht mehr wirklich gut hier. Ich verteile ja nicht gut. So. Jetzt ist er bei mal durch. Aber Schanella hat ihn halt direkt. Weil der Ball echt nicht gut kommt. Markovic scheint auch so ein bisschen leer vorne drin gerade. So. Äh. So. Kriegen sie noch ihren Ehrentreffer? 89. Minute. Ne. Schanella hat da was gegen. Schanella hat da was gegen. War einfach zu gut. Fünfte Ecke für Hamburg. Die sind komplett überlegen in diesem Spiel. Aber kommen einfach nicht ans Tor durch. Da kommen sogar schon solche Gewaltschüsse aus der 18. Reihe. Schanella. Mal wieder. Markovic. Boah. Alter. Leck die Scheiße gerade. Guaida. Boah. Was macht. Was macht. Da ist kein Zombie da. Guaida. In der Mitte wäre noch verraten gewesen. Was. Warum steht Markovic so weit hinten. Warte. Fack. Aber. Ich würde mal sagen. Die haben den HSV rausgeworfen. Und das als drittiger Aufsteiger. Also. Waldhof Mannheim. Chlamistik Sieger in der nächsten drei Saisons ist schon drin. Würde ich mal sagen. Gehen wir mal zu den Interviews. Danke. Dass Sie so kurz nach Apfel vor unserer Kamera kommen. Wie sehen Sie die Gerüchte. Koffiert einfach bei Sportverein Waldhof Mannheim 07 EV abgelehnt. Ähm. Ich habe mit ihm eigentlich verlängert. Also. Ich will aber eigentlich eh verkaufen. Deswegen ist eigentlich egal was zu antworten. Würde beim ersten Spiel für SV Waldhof Mannheim eine tolle Leistung gezeigt. Wie haben Sie da ein starkes Debüt gesehen. Er kann noch mehr. Also eindeutig. Es weiß nicht arg viel was er gemacht hat. Hinten. Der ist halt Kind irgendwann mal vorbeigerannt. Aber. Höver. Der hat Pulitzer von 82. Der entwickelt sich hier noch. Ordentlich. Diesen mühelosen Sieg sind in der nächsten DFB herunter. Wie haben Sie das Spiel gesehen. Ich bin zufrieden mit der Mannschaft. Also. Da waren keine großen Fehler dabei. Und Hamburg hat halt aus irgendeinem Grund keine Stiche. Und schon wieder jemand der D-Ring kaufen will. Und wir delegieren. Die D-Ring. Die D-Ring. Kann nicht reden. Die Legions wieder. Die D-Ring. Das ist ja schwarz so dass die verkauft werden. Das ist mal ganz ehrlich. Ah. Ja. Die D-Ring ist verkauft. Und dann würde ich mal sagen. Es steht nichts mehr. Es steht einem. Transfer. Von einem neuen Achter. Nix mehr im Weg. Außer. Mal schauen. Wir sind ja noch ein paar. Achter. Man sich mal anschauen könnte. Weil ich das ja gesehen habe. Aber eigentlich eher weiter oben. Und es waren jetzt nicht unbedingt die Besten. Aber. Ich bin halt gehofft dass es hier noch irgendwas gibt. Iliak Ruev. Der wäre so aus. Der gleichen. Die. Äh. Aus der gleichen. Aus dem gleichen Land. Oliandro Barrio Martins. Können wir auch mal angucken. Die sollten beide eigentlich auch recht gutes Potenzial haben. Sind hier Free. Bei ihm läuft sogar. Der. Vertrag aus. Ich schaue mich mal kurz ein bisschen durch den Bericht hier. Und dann. Schauen wir uns mal an was wir so. Auf der Liste haben. So. Dann sind es jetzt hier die beiden geworden. Die wir ja gerade eben schon gesehen haben. Ähm. Ich hab mal geschaut. Iliak Ruev. Hat zwar den. Hat zwar den. Gesamtsteiger. Aber einen. Äh. Potenzialpunkt mehr. Aber. Ich hab mal die Sets gesehen von Barrio Martins. Der gefällt mir von den Sets richtig gut. Weil das so ein Spielstarger. Äh. Der achter ist von dem ich ja schon letztes Mal geredet hab. Der ja eigentlich auch. Äh. Wie heißt er. Ähm. Ähm. Die Regen war. Aber eben hier nochmal ein bisschen schneller. Und deswegen würde ich den ja einfach recht verpflichten. Weil erstens. Er kommt aus dem. Äh. Spielt im gleichen Land wie. Wir. Was halt auch schon mal. Für mich persönlich. Ein Grund ist. Eher zu. Äh. Wie heißt er. 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 Wie. Wie heißt er. Wie heißt er. Wie heißt er. Wie heißt er. lledigame. In der dritten hier. Gibt es bisher. Fürший halt. Zirkze vom. Äh. FC Bayern. Zwei nicht einspieler. Der über 80 tokze coal hat. Weil ich so richtig im kopf hab. Aber jetzt einmal sagen. Das war's dann. mit der Folge. Ich weiß nicht. Wie es jetzt ist. Ein bisschen kurz als die anderen. Aber. Aber bis zum nächsten Mal und ciao.